Ich freu mich sooo auf Akt 3. Freunde, ich bin ein bisschen erkältet, deswegen klingt meine Stimme heute anders. Aber ich versichere euch, meine Stimme ist auf jeden Fall echt. Hört zu, Freunde. Krasse News für euch. Nächsten Dumpstar kommt unser letzter Song aus der Bohne. Akt 3. Hier ein kleiner Vorgeschmack. Scheiße, 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 ich hab mein Pokémon verloren! Oh, voll tief! Wo bist du, Pikachu? Pikachu? Mein Freund, wo bist du bloß? Scheiß auf den gelben Pisser. Freunde, ich bin ein bisschen aufgeregt, mich hat nämlich jemand angeschrieben. Und wer? Rainer. Rainer hat seinen eigenen Song aufgenommen. Im Studio, mit Band. Und das Musikvideo wird einfach insane, meine Roy. Rainer singt so fucking gefühlvoll und schön. Wie ein Engel einfach. Mich hat noch nie im Leben jemand so berührt. Mir kribbelt der Schließmuskel. Nächsten Samstag schauen. Via Songs aus der Bohne, dann Rainers Musikvideo und dann kommen wir alle nicht mehr auf unsere dummen Leben klar. Es geht darum, wie der Typ mit seiner Tochter nach allem, was in Akt 3 passiert ist, weiterlebt. Kleiner Spoiler. Rainers Tochter war von mir. Oh, Spaß! Also, Freunde. Samstag. Songs out of the bones. Danach kurz Verschnaufpause machen und dann Rainers Musikvideo schauen. Wenn ihr Rainers Musikvideo nicht schauen wollt, verpisst euch! Rainer, Rainer. Du bist doch gerade erst weitergewohnen. Eine kleine Sache noch. Hört mir zu, okay? Und lacht mich nicht aus. Mein Lieblings-Sextoy ist einfach die Aubergine.